übung der welpen verstecke ich ein paar snacks in einem schnüffel teppich das ist jetzt etwas was sie so nicht jedes mal haben sie bekommen unterschiedliche sachen um sie zu beschäftigen wenn sie alleine bleiben sollen das haben schon alle geübt bis auf den kleinen seppel so seppel stay sitz seppel super seppel ist einer der besten wait seppel sitz toll machst du das stay